Ich bin's wieder. Ich bin's mal wieder. Dieses Video wird aber nur ziemlich kurz sein. Da auf diesem Kanal noch die Änderungen vom letzten Video auftauchen. Und daher ist das nur ein kleines Infovideo. Und zwar wird's bald eine eigene Seite von Verändere die Welt für Facebook und eventuell sogar Twitter geben. Dann wird wahrscheinlich, das steht noch nicht ganz fest, dieses Jahr Verändere die Welt nicht beim Schützenfest in Kloster Oesete vertreten sein, was letztes Jahr gewesen ist. Und ja, einige hatten mich gefragt wegen meinen kurzen Haaren jetzt auf einmal. Das liegt daran, dass ich einfach mal meine Haare nochmal von vorne wachsen lassen wollte. Obwohl sie so buschig waren. Aber ganz brav und ja. Es wird auch noch ein paar Sachen kommen. Aber es, wie einige in den letzten Videokommentaren reingeschrieben haben. Ähm, mit wo ich hingezogen bin. Ähm, ein Video mit, äh, mit den Freunden oder so. Welche letztes Jahr bei, äh, beim Schützenfest in Kloster Oesete mit mir das Video gemacht haben. Da steht noch nicht fest, ob das, äh, ein Video nochmal kommen sollte. Äh, und ja. Ich werde aber nicht verraten, wo ich hingezogen bin. Das bleibt nämlich geheim. Aus Sicherheitsgründen. Und, ja. Ja, meine, äh, die Musik im Hintergrund ist wieder normal. Und, ja. Hiermit wollte ich mich auch nochmal, äh, bedanken, dass, äh, ihr so lange auf mich, äh, wieder gewartet habt. Und, äh, nicht den Mut verloren habt, äh, zu warten. Da letztes Jahr ja so gut wie kaum noch Videos kamen. Das wird sich jetzt aber voraussichtlich erstmal wieder ändern. Da es jetzt, äh, zwei Abteile gibt. Aber der zweite erst, äh, wahrscheinlich, äh, zum Sommer hin erst, äh, anfängt. So lange bleibt noch, äh, der andere Teil nur bestehen. Weil, ja. Und, ja. Ich weiß auch nicht, wie, äh, wo ich noch drüber sprechen sollte. Äh, ja. Wir sehen uns jetzt nur noch einmal pro Woche. Kommt ein Video von mir. Entweder Samstag oder wie heute auf dem Tag. Ist immer unterschiedlich. Und, ja. Ideen sind wie immer für Videos sehr gewünscht. Hier unter dem Video. Und, ja. Ich werde euch, sobald die, äh, Internet, die Facebook-Seite erstellt ist, werde ich euch informieren. Und, da ich noch nicht weiß, äh, wann ich die in Kraft treten lasse. Und wann ich die erstelle. Das ist nun zur Info für euch schonmal. Und, ja. Und, ja. Genau. Dann, gibt's, äh, noch eine Veränderung, was ich im letzten Video schonmal gesagt hatte. Mit, unterwegs, dass ich euch unterwegs mal mitnehme und so. Ja, das wird aber auch noch kommen. Dauert nur ein bisschen. Dann, ähm. Mit, auch Arbeit filmen. Das wird generell nicht mehr, nicht passieren. Da, äh, ich keine Filmgenehmigung sozusagen kriege. Weil das eine sehr verbreitete Firma ist. Und, ja. Hiermit wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Sonntag. Und, kommt gut in die neue Woche rein. Wir sehen uns dann nächste Woche. Sollte nächste Woche gar eins kommen. Dann kann das sein, dass, äh, an einem Wochenende auf einmal zwei Videos nacheinander kommen. Weil hier eventuell sogar vorbereitet sind. Also, bis dann. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und, ja. Ich verabschiede mich hiermit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.